FEDER! In diesem Video geht es um Sonic Unleashed und ob es wirklich underrated ist. Das Spiel hat bei Metacritics eine Gesamtbewertung von 54 bzw. von 60 von 100 Punkten bekommen. Und deshalb heute die Frage, ist Sonic Unleashed underrated? Ich denke ihr alle habt schon mal von Sonic Unleashed gehört und auch wie schlecht es doch sein soll. Also so wie von allen anderen Sonic Spielen halt auch. Guckt euch alleine immer nur die Ratings an. Aber ihr wisst ja, Sonic Haten ist ja lustig, haha. LOL Ich finde es etwas lächerlich, wie Sonic zugrunde gehatet wird, wegen zwei Spielen, die dafür bekannt sind, der größte Müll zu sein. Die Rede ist klar von Sonic 06 und Sonic Boom. Der Unterschied bei den zwei Spielen war, dass die beide komplett unfertig released wurden, weil sie ein Release Date einhalten mussten und deswegen waren die Spiele buggy as fuck. Danke! Sogar der Sonic Sprecher hat noch Flashback von Sonic Boom. Bounce pad! Bounce pad! Bounce pad! Bounce pad! Fuck! Dazu gibt es sogar eine Sonic Mania Mode. Bounce Pad! Bounce Pad! Bounce Pad! Ich will dir auch gar nicht sagen, dass man das Spiel mögen muss und nicht haten darf. Aber so unbegründeter Hate von Leuten, die das Spiel nicht mal gespielt haben, ist einfach nicht cool. Aber bei Sonic Unleashed hat man eigentlich auch immer nur gehört, dass die Warhawk-Sections langweilig und schlecht sein sollen, oder nicht? Ich meine, habt ihr die IGN-Review gesehen? Ich gebe euch mal einen kleinen Einblick. Es ist eine Sache, die man über Sonic Unleashed wissen sollte, bevor man sich dein Geld verdient hat. Es ist ein großes Schraubchen. Ein großes Schraubchen. Die Aussagen, die der Typ macht, tun einfach weh beim Zuhören. Trial and Error? Ist der Typ fucking retarded? Was hat der Typ überhaupt gemacht? Ist das ein scheiß Ernst? Was ist das? Weißt du überhaupt, dass es einen Pust-Button gibt? Oh ja, und du hast streckige Arme, weil, du weißt, jeder weiß, dass Werewolves streckige Arme haben. Sonic the Werehog macht Big the Cat wie ein enduriger Charakter. Jetzt rollt er doch einfach nur noch, oder? Hat er gerade gesagt, dass Sonic 06 besser ist als Sonic Unleashed? Wieso darf so jemand überhaupt Reviews veröffentlichen? Das kann ja sogar ich besser. Bevor das Video auch zu einem Rant ausartet, möchte ich mal lieber weitermachen. Bevor ich aber anfangen, müsst ihr wissen, dass es sich dabei um die Playstation 3 und Xbox 360-Version handelt und nicht die Playstation 2 und Wii-Version. Weil diese wenige Ähnlichkeiten aufweisen und eigentlich komplett andere Spiele sind. Ich mein, warum sind die Hubworlds in der Wii-Version fucking Bilder, let's have? Okay, also lass uns mal schnell loslegen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Die Story ist im Gegensatz zu anderen Sonic-Spielen hier auch mal wirklich vorhanden. Und die Charaktertiefe ist auch unglaublich gut umgesetzt worden. Man kann schon fast sagen, dass die Charaktere gut sind. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, werdet ihr von der unglaublich gut aussehenden Intro-Cutscene geflasht. Alles ist wunderschön, farbig, stimmig, mit vielen Effekten. Damit es beim Ansehen auch konstant auf einem hohen Level liegt und nie langweilig wird. Dazu muss man auch sagen, dass die Sonic aus 6-Cutscenes schon gar nicht schlecht aussahen, aber... Warum zur Hölle sah alles aus, als wäre es aus jedem Spiel, aber nicht aus Sonic? Das könnte einfach Final Fantasy sein oder so. Warum sieht Eggman einfach aus wie Vin Diesel mit fucking Bart und Brille? Was ist hier eigentlich los? Das alles wurde auf jeden Fall um einiges besser umgesetzt in den Unleashed-Cutscenes, wo alles in einem eher unrealistischen Stil gehalten wurde und es trotzdem noch atemberaubend aussieht. Dadurch merkt man einfach, dass die Entwickler viel Mühe reingesteckt haben in die Pre-Runnered-Cutscenes, um sie einfach perfekt zu machen. Die In-Game-Cutscenes hingegen... Naja... Es ist halt ein PS3-Spiel und... Naja, sie sind nicht schlecht, aber auch nicht mal alle auf dem Level wie die Pre-Runnered-Cutscenes. Um ehrlich zu sein würde ich mir auch sehr stark wünschen, dass der diesjährige Sonic-Film genauso aussehen würde. Aber bei... Sega! ...gehe ich mal nicht mit zu hohen Erwartungen rein. In der Anfang-Cutscene wird Sonic die Weltraumbasis von Dr. Eggman zerstören und ihn aufhalten. Natürlich kann er das nicht ungenend machen und so versucht Dr. Eggman ihn aufzuhalten. Also schickt er ein paar kleine Roboter los und geht dann selber in den Kampf mit einem Mech-Anzug, der genauso aussieht wie der aus dem zweiten Sonic-Teil. Hat schon einmal nicht funktioniert, also lernt er eigentlich nie aus seinen Fehlern. Als Sonic versucht vor Dr. Eggman zu fliehen, wird er von ihm festgehalten. Aber stopp! Sonic hat alle Chaos Emeralds dabei und verwandelt sich in Super Sonic und Eggman versucht zu fliehen. Auf der Jagd nach ihm zerstört er noch Casual ein paar riesige Raumschiffe neben mir. Als Eggman dann abgestürzt ist und am Boden liegt, bettelt er um Gnade, dass Sonic ihm nichts antut. Aber stopp! Es war eine Falle und Sonic wird festgehalten. Alle seine Chaos Emeralds werden ihm abgesaugt und Eggman bereitet seinen Plan vor. Er will die Erde zerstören. Oder doch nicht? Anscheinend wird er nur sein Eggman Land bauen, aber warum schießt er dann mit einem riesigen Laserstrahl auf die Erde, anstatt ihn einfach so zu bauen? Naja, ich hinterfrage es einfach mal nicht. Nachdem der Laserstrahl dann abgefeuert wurde, spaltet sich die ganze Erdkugel auf und in der Mitte der Erde wird er eine riesige Kreatur erschaffen mit dem Namen Dark Gaia. Währenddessen verwandelt sich Sonic aber in eine andere Kreatur. Einen Werwolf oder auch genannt Werehawk. Mit perfekt glänzendem Haar, als wäre er ein Haarmodel für Schwarzkopf. Ähm, egal, weiter. Eggman ist zufrieden mit seinem Plan und schickt Sonic über eine Luke in den endlosen Weltraum. Wie ihr bis hierhin sicherlich schon gemerkt habt, ist die Story ziemlich düster und nicht so freundlich und nett. So wie es auch in Sonic Adventure 2 der Fall war. Nur dass mir die Story hier noch ein Stückchen besser gefällt, obwohl sie schon sehr viele Ähnlichkeiten aufweisen. Ich meine, es ist ein riesiger Laserbeam im Weltraum, ein riesiges Vieh wurde auch kreiert und Dr. Eggman bleibt immer noch genau derselbe Vollidiot. Nachdem Sonic dann auch nach kurzer Zeit auf der Erde gelandet ist, trifft er eine kleine Person. Zuerst fürchtet sich der kleine Mann vor dem Fremden. Und so erfährt Sonic auch das erste Mal, dass er gar nicht der selber ist, sondern sich in eine andere Kreatur verwandelt hat. Als die Sonne dann wieder aufgeht, verwandelt er sich wieder zurück in seine normale Hedgehog-Form und sein kleiner Freund kennt jetzt auch sein eigentliches Aussehen. Und somit startet auch das Tutorial. Wie es Sonic üblich ist, sammelt ihr Ringe, besiegt Feinde und versucht so schnell wie möglich, zum Ziel des Levels zu kommen. Bei Sonic Unleashed wurde damals aber das erste Mal das neue Boost-System eingeführt, das auch noch heute in jedem 3D-Sonic-Spiel vorhanden ist. Das war der Ersatz für den damalig immer benutzten Spin, der es stimmt, Sonic hatte. Oder man macht es halt wie in Sonic 06 und lässt einfach alles raus. Hat das Spiel da nicht irgendwas richtig gemacht? Egal. Bis auf den Boost könnt ihr Sonic typisch einen Homing-Attack machen. Springen, Sliden und Sidesteppen. Leider gibt es ein Riesenproblem mit der Steuerung. Und zwar ist der Homing-Attack auf derselben Taste wie der Boost, was dazu führt, dass wenn ihr nicht genau den Feind anvisiert habt und dann boostet, fliegt ihr einfach ins Endlose nichts und verreckt. Dieser Fehler wurde dann im Nachfolger Sonic Generations behoben, was wahrscheinlich die meisten von euch auch gespielt haben. Denn dort macht man den Homing-Attack genau derselben Taste, mit der man springt, was einfach eine viel bessere Lösung ist. Wenn ihr an dem Ziel angekommen seid, bekommt ihr Sonic typisch euren Rang, der von einem S, was das Beste ist, bis zu einem E, was das Schlechteste ist, geht. Außerdem könnt ihr in den Leveln auch noch Sonnen- und Mondmedaillen sammeln, die ihr braucht, um weitere Level freizuschalten. Viele Leute haben das aber als Kritikpunkt angesehen, weil es ja so aufwendig und nervig sei, sie alle zu suchen und zu sammeln. Wenn man aber in den langsameren Nachtleveln sich etwas umguckt, findet man genug, damit man im Endeffekt keine Probleme haben sollte, das gesamte Spiel durchzuspielen. Und dazu gibt es dann auch noch einen kleinen, ich nenne es mal, Skilltree, bei welchem ihr Speed und die Ringenergie von Sonic upgraden könnt. Der Skilltree ist aber auch ziemlich unnötig und ihr kommt auch ohne Probleme komplett durch das Spiel durch, ohne ihn einmal zu benutzen. Der Skilltree wird aber auch oft als Negativbeispiel verwendet, aber wie schon gerade gesagt, braucht ihr es eigentlich nicht, außer vielleicht manchmal für den Werehog, um ein paar neue Attacken freizuschalten. Macht es das Spiel nur schlechter, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Für mich ist es komplett irrelevant und ich mag es, dass man sich etwas voranarbeiten kann. Nach dem Tutorial kommt dann eine Cutscene, in welcher Sonic seinen kleinen Kumpel etwas näher kennenlernt. Sonic gibt ihm dann den Namen Chip. Und warum wohl? Weil er gerne Chocolate Chip-Eis isst. Ist doch selbstverständlich! Danach könnt ihr euch in der kleinen Hubbold etwas umsehen und mit den NPCs sprechen und die harmonische Umgebung genießen. Das ist ziemlich gut gelungen. Außer in den New York-Leveln, weil es nicht sonderlich viel Spaß macht, mit 10 FPS um einen Brunnen herumzulaufen. Ja, das ist wirklich die komplette Hubworld. Mit New York hätte man doch so viele Möglichkeiten gehabt und sie machen einfach eine Runde Hubworld mit einem Brunnen in der Mitte. Wenn ihr euch dann bereit fühlt, könnt ihr auch direkt ins erste richtige Level gehen. Das Level ist ziemlich einfach und lässt sich sehr flüssig durchspielen. Solange man kein Reviewer von IGN ist. Nachdem ihr schon etwas gespielt habt, wird euch eins vielleicht auffallen. Die Ad-Libs von Sonic sind etwas gewöhnungsbedürftig und nervig. Aber sie sind trotzdem ziemlich lustig. Das Level sieht auch grafisch und von der Gestaltung sehr schön aus und alles harmoniert gut zusammen. Aber leider werdet ihr auch direkt den größten Kritikpunkt des Spiels merken. Die FPS sind absoluter Müll. Dabei müsst ihr aber zwischen der Playstation 3 und Xbox-Version unterscheiden. Die PS3-Version kann bis zu 60 FPS laufen und läuft in 1080p mit manchmal sehr starken Frame-Anbrüchen. Bei der Xbox-Version läuft das Ganze auf maximal 30 FPS mit 720p, hat aber dafür selten auffällige Frame-Anbrüche. Man hat also die Wahl zwischen Karten-Scheiße und Hundescheiße. Genau deswegen gibt es für Sonic Generations einen grandiose Mod mit dem Namen Project Unleashed, in welchem alle Day-Level aus Sonic Unleashed nachgebaut wurden. Diese sehen fast komplett identisch aus und spielen sich auch unfassbar gut. Und dazu kommt auch noch die schöne Frame-Rate mit der schönen Grafik und mit dem gefixten Homing-Attack-Button. Es gibt kaum etwas, was mehr Spaß macht, als die Level komplett auswendig zu lernen und Rekorde aufzustellen. Es ist einfach unfassbar, mit wie viel Liebe und Mühe diese Mod erstellt wurde. Viel Kleinigkeiten wurden berücksichtigt und der Aufbau ist meistens genau derselbe. Natürlich mussten ihr das ein oder andere Mal etwas anders gestalten oder entfernen, weil Generation natürlich nicht dieselben Features hat, wie Sonic Unleashed. Naja, aber nun zurück zum Hauptthema. In der nächsten Cutscene wird es wieder nachts. Und was bedeutet das? Richtig, Sonic wird wieder zum Werehog. Und lernt dabei eine seiner neuen Fähigkeiten. Und zwar merkt er, dass er seine Arme strecken kann. Ich mein, klar kann das ein Werwolf. Ich mein, was können die denn sonst? Und schon startet das erste Level aus Werehog. Die Nachtlevel sind etwas anders als die Taglevel, in denen man nur versucht, so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Der Werehog muss sich durch ein Level durchkämpfen, wie in einem Beat'em Up. Dafür hat er aber Leben und keine Ringe mehr, im Gegensatz zum normalen Sonic. Sonic hat am Anfang sehr wenige Fähigkeiten und Moves, wodurch das erste Level vielleicht eher eintönig wirkt. Aber je weiter er kommt, desto mehr kann man den Werehog upgraden. Diese Upgrades beinhalten neue Moves, mehr Leben und vieles weiteres. Was viele Leute abgeschreckt hat, sind ja auch genau diese Nachtlevel mit dem Werehog. Weil sie ja so langsam sein sollen. Die Moves, die er aber später bekommt, sind aber schön abwechslungsreich. Und es gibt so viele verschiedene von ihnen, was dabei hilft, random Button-Mashing sinnvoll zu machen. Die Day-and-Night-Stages sind nicht die einzigen Levelarten. Es gibt noch Flugzeuglevel, in welchen ihr nur die richtigen Tasten drücken müsst, wenn sie nicht angezeigt werden. Anstatt ihn zum Beispiel selber stellen zu können, wie in Sonic Adventure 1. Dort konntet ihr zwar auch nicht komplett frei rumfliegen, hattet aber zumindest etwas mehr Kontrolle und... mehr Spaß. Deshalb ist das der mit Abstand langweiligste Part im Spiel und es wäre auch locker ohne diesen Guitar Hero-Abklatschlevel mit Flügeln ausgekommen. Ich will aber auch noch auf die einzelnen Level eingehen, weil ich es einfach liebe, wie sie gestaltet wurden. Jede Welt ist auf einem eigenen Erdabschnitt und hat seinen eigenen Level, die passend dazu aussehen. Die einzelnen Länder wurden mit sehr viel Liebe zum Detail kreiert. Und das merkt man vor allem an der Umsetzung und dem Zusammenleben von Musik, Einwohnern, Design und vielen weiteren kleinen Dingen. Zum Beispiel hat jede Region eigene Souvenirs, Flaggen und verschiedene Mahlzeiten, die man kaufen kann. Ah ja, und ihr könnt auch noch Chili Dogs kaufen. Die Bosskämpfe sind eher nicht so geil, vor allem die Tagbosskämpfe, bei denen man wie in fucking Subways für die ganze Zeit nur dem Boss hinterher rennt und ihn einmal angreift. Und es ist nicht so, dass es nur bei einem Boss so ist, sondern jeder, verdammte, Boss ist genau dasselbe, mit nur ganz kleinen Abänderungen. Das war's, mehr nicht. Bei den Bossfights in der Nacht wird es aber etwas abwechslungsreicher und besser. Mein persönlicher Favorit ist der Kampf gegen den Dark Gaia Phoenix. Ich weiß auch nicht genau, warum er mir am liebsten ist. Aber ich mag es einfach, die Scheiße aus dem Rausch zu prügeln, weil es sich so anfühlt, als würdet ihr auf ein sehr, sehr weiches Kissen einschlagen. Die anderen Bosse sind auch ziemlich solide. Man muss aber dazu sagen, dass alle Bosse in dem Spiel sehr kurz sind und man alle bis auf die letzten 2 in ca. 15 Minuten besiegen kann. Ich meine nicht 15 Minuten pro Boss, sondern alle Bosse zusammen in 15 Minuten. Jedes Mal, wenn ihr einen Boss besiegt, kommt ihr in einen Tempel, in welchen ihr einen Chaos Emerald einlegen müsst, damit ihr sich die einzelnen Innerteile wieder zusammensetzen und die Erde wieder eine ganze Kugel ist. Ich meine natürlich wieder eine Scheibe ist. Bevor ich es vergesse, will ich noch einmal die Quick-Time-Events erwähnen, die von vielen Leuten kritisiert werden. Es gibt sehr viele davon im Spiel. In Tag-Leveln, in Nacht-Leveln, bei Boss-Kämpfen, mitten im Leveln, bei den Kämpfen in den Werehawk-Leveln und so weiter und so fort. Um ehrlich zu sein, war ich schon immer ein großer Fan von Quick-Time-Events. Natürlich kann ich das aber nicht von jedem erwarten. Aber zum Beispiel in den Sonic-Tag-Stages ist es einfach eine perfekte Abfrage der Reaktionszeiten und ob man überhaupt noch bemerkt, dass man noch was tut und nicht einfach nur nach vorne drückt und boostet. Aber alles in allem kommt es denke ich mal eher auf die persönliche Meinung dazu an. Weil es einfach auch Leute gibt, die es einfach hassen. Das Spiel hat auch den einen oder anderen Glitch. Ich will hier aber nur die zwei coolsten erwähnen. Einen davon könnt ihr am Tag, den anderen in der Nacht ausführen. Zuerst zu dem Glitch in der Nacht. Wenn ihr die Kombo zweimal Viereck und einmal Dreieck macht und direkt danach das Schild aktiviert, könnt ihr einfach durch die Wand hindurchlaufen. Ihr könnt das nicht überall machen, aber es gibt dadurch viele Shortcuts für zum Beispiel Speedrunner. Der nächste Glitch ist ein sehr bekannter Glitch. Dieser heißt M oder D-Speed, je nachdem ob ihr gerade in einer 2D oder 3D-Section seid. Wenn ihr eine hohe Geschwindigkeit habt und dann springt, dürft ihr nur noch ganz langsam den Stick nach vorne drücken und durchgehend sehr kleine Sprünge machen. Dadurch werdet ihr unglaublich schnell. Das ist ein Glitch, der ziemlich overpowered ist und schwer auszuführen ist. Trotzdem macht es unglaublich viel Spaß, einfach wie ein Irrer durch die Level zu fliegen. Wenn ihr mehr über die Glitches erfahren wollt, guckt euch unbedingt das Video von AplusDart an, in dem ihr viele Glitches ausführlich erklärt und zeigt. Das Spiel ist mit insgesamt 9 Welten ein ziemlich kurzes Spiel, oder nicht? Und genau deswegen gibt es DLCs. Als ich die Idee hatte, die The Review zu machen, habe ich im Playstation Network Store DLCs gesehen für das Spiel und war richtig gehypt, weil ich davon noch nie etwas gehört hatte. Als ich mir dann erstmal ein Video auf YouTube angucken wollte, bevor ich es mir vorallig kaufte, musste ich feststellen, dass die Level alle designtechnisch einfach aussehen, als wären sie fucking Mario Maker Level. Ich meine, guckt es euch an, die sehen einfach so crappy und unfertig aus. Wäre es nicht viel cooler gewesen, wenn sie neue Regionen auf der Erde hinzugefügt hätten, mit komplett neuen Designs? Meinetwegen auch 10 Euro pro Welt, aber bitte nicht so etwas. Vielleicht machen die Level ja auch Spaß, aber sie sehen einfach für mich aus wie Trial and Error Mario Maker Level. Und dafür ist es mir das Geld einfach nicht wert. Naja, bevor ich aber zum spannenden und gefühlsvollen Ende des Spiels komme, wird Blattys zuerst nochmal auf die grandiose Musik des Spiels eingehen. Oh, oh, ich bin ja schon dran. Hey Leute, Tweet hat mich gefragt, ob ich mal kurz die Musik von Sonic Unleashed anspreche. Naja, und was machen wir jetzt? Der Soundtrack von Sonic Unleashed ist echt ziemlich gut. Die Taglevel sind energiegeladen, funky und überraschenderweise sehr technolastik. Was neu für die Sonic-Reihe ist. Ich meine, davor gab es nur Hardrock-Musik von Crush 40, die meiner Meinung nach genauso abgehen. Aber der etwas elektronische Stil war echt eine nette Abwechslung. Die Nachtlevel sind im Vergleich zu den Tagleveln eher ruhig. Was auch Sinn macht, weil das Gameplay da auch noch drastisch verlangsamt wird. Wäre blöd, wenn so Drum'n'Bass-Shit kommt, während man einfach ganz langsam durch ein Level geht. Die Musik in den Nachtleveln haben eine sehr jazzartige Instrumentation. Was auch ziemlich gut passt. Nur leider bleiben dafür die Songs nicht so stark im Kopf, wie die von den Tagleveln. Denn bei den Tagleveln denke ich mir so... Fuck yeah! Und bei den Nachtleveln so... Hey, das ist ein cooler Track, denke ich. Die Musik sticht in den Tagleveln einfach viel mehr heraus. Ich muss aber sagen, dass ein Aspekt des Soundtracks mich übelst nervt. Und das ist die Kampfmusik in den Nachtleveln. Immer wenn ein Kampf beginnt, startet dieser sehr jazzige Track, der einfach übelst out of place wirkt. Und das Beste ist, dass der Track immer von neu anfängt, wenn man in einen neuen Kampf reinkommt. Der Track an sich ändert sich nie. Es kommen nie irgendwie neue Tracks. Es ist immer noch dieser eine Track, der durch diese ganzen Level geht. Und manche dieser Nachtlevel gehen eine halbe Stunde. Und das ist echt anstrengend. Ich hatte schon nach dem ersten Nachtlevel keinen Bock mehr auf das Lied. Und dann hat sich durchs ganze Spiel gezogen. Aber im Allgemeinen mag ich Sonic Unleashed. Es ist eins der besseren Sonic-Spiele. Die Taglevel sind wirklich extrem gut. Und genau das, was ich von dem 3D-Sonic eigentlich erwarte. Und ich bin froh, dass sie das System auch ein bisschen übernommen haben in die anderen Teile. Nur ohne die Quicktime-Events, was ich ein bisschen schade finde. Weil ich finde, dass das Spiel Quicktime-Events ziemlich gut hinbekommen hat. Leider haben die Nachtlevel das Spiel aber ein bisschen zurückgehalten. Aber mir hat es Spaß gemacht. Also, who gives a shit? Das Ende von Sonic an dich ist unglaublich gut genug. Das letzte Level in Eggman Land ist ein Level, welches noch einmal alle eure Skills, die ihr über das ganze Spiel gelernt habt, auf die Probe stellt. Als ich das Level zum ersten Mal gespielt habe, habe ich unfassbare 50 Minuten gebraucht. Und das liegt nicht an meinen Sonic-Skills, okay? Das Level dauert wirklich mit allen Versuchen und allem drum und dran echt so lange. Das Besondere an dem Level ist, dass es weder ein Day- noch ein Night-Level ist, sondern ihr spielt beide Sonic-Varianten in einem Level. Was eine ziemlich gute Idee ist, auch wenn sie nicht perfekt umgesetzt wurde. Weil ihr im Durchschnitt nur 10-20% der Zeit als normaler Sonic das Level beschreitet und 80-90% als Werehog. Das Komische daran ist, dass ihr nicht wie bei allen anderen Nachtleveln erst alle Feinde besiegen müsst, damit ihr weiter könnt. Sondern ihr könnt das ganze Level schaffen, ohne überhaupt einen Feind zu besiegen. ETF? In diesem Level werdet ihr aber sehr viele Leben verlieren, weil das Level unglaublich schwer ist und eigentlich sogar das schwerste Sonic-Level überhaupt ist. Ich habe damals sogar extra für dieses Level Leben farmen müssen, damit ich es überhaupt schaffe, weil es für mich als 12-Jähriger einfach viel zu schwer war. Am Ende des Levels kämpft ihr, oh Überraschung, noch gegen Dr. Eggman, höchstpersönlich in einem Probeanzug. Der Bossfight ist eigentlich ziemlich gut gelungen, außer dass er etwas gestreckt vorkommt, weil der Boss nicht wirklich schwer ist oder auch mit der Zeit nicht stärker wird. Nach dem Bossfight gegen Eggman geht aber erst der Readership los. Dark Gaia, der meiner Meinung nach beste Boss des ganzen Sonic-Franchises. Das Design von dem Feast halt wirklich furchteinflößend und er kommt auch mal wirklich wie eine richtige Bedrohung rüber. Der Fight an sich ist in zwei Absteigen geteilt. Im ersten Abschnitt müsst ihr mit Chip, der aus allen Tempeln, in denen die Chaos Emeralds wachen, zu einem riesigen Steinschwangshomer wird, Dark Gaia angreifen, während ihr auch noch gleichzeitig als Sonic auf ihm rumrennt und als Backup dient, falls Chip in Gefahr ist. Klingt ziemlich komisch und das ist auch gar nicht so einfach zu verstehen, wenn man das nicht selber gesehen hat. Ich meine, ein Steintempel-Transformer, welcher gegen ein riesiges Alien-Dämon-Vieh kämpft, während ein blauer Igel über die Tempel rennt, um ihm zu helfen? Und genau deswegen liebe ich dieses Spiel so. Nachdem Dark Gaia dann in der zweiten Phase ist und zu Perfect Gaia wird, verwandelt sich Sonic mit der Macht aller Chaos Emeralds zu Super Sonic. Und damit beginnt auch der zweite Abschnitt des Boss-Fights, der etwas spaßiger als der erstes. Der von einem Orchester gespielte Soundtrack des Spieles gibt dem Boss-Fight nochmal den Extra-Kick zur Perfektion. Ihr arbeitet wieder mit Chip zusammen und versucht Perfect Gaia zu besiegen, indem ihr zuerst ein Schild zerstören müsst. Dabei kämpft Chip etwas gegen Dark Gaia, um ihn abzulenken, während ihr seine Arme verletzt, damit das Schild runtergeht. Wenn ihr das geschafft habt, kommt nochmal ein schönes Quick-Time-Event. Und dann? Wenn ihr dann Dark Gaia fucking durchlächert habt, kommt das ziemlich traurige Ende des Spieles. Da Chip nur durch Dark Gaias Power lebt, muss er mit ihm sterben, worauf sich sein Geist langsam auflöst. Der Song im Hintergrund untermalt die Szene perfekt. Das Ende ist zwar tragisch, aber trotzdem perfekt gemacht für ein relativ dunkles Spiel wie dieses. Bevor Chip dann aber für immer verschwindet, hilft er Sonic noch ein allerletztes Mal aus dem Mittelpunkt der Erde zu kommen, während der Ohnmächtig ist. Es tut wirklich weh zu wissen, dass wahrscheinlich nie wieder ein Sonic-Spiel in diese Richtung kommen wird, weil es zu Gründe gehatet wurde und die Kritiken auch fast alle negativ waren. Das Spiel wäre einfach so perfekt gewesen, wenn sie das Spiel jetzt überarbeiten würden, damit die APs besser laufen, ein paar neue Day-Level hinzufügen und den Homing-Attack-Button fixen. Mir fallen ehrlich gesagt keine anderen Punkte ein, die noch ins Spiel einbauen könnten, um es besser zu machen. Und ist euch eigentlich aufgefallen, dass in dem ganzen Spiel nur drei bekannte Sonic-Spiel Charaktere vorkamen? Nein? Das ist auch gar nicht schlimm, weil das Spiel das auch gar nicht nötig hatte. Es kam Sonic vor, logischerweise, Tails und Doc Degman. Ansonsten kamen nur neue Charaktere vor, die das ganze Spiel zu etwas Besonderem und Abwechslungsreichem gemacht haben. Im Gegensatz zu anderen Sonic-Spielen wie Sonic Generations, welches nur auf alte Charaktere setzt und der einzige neue Charakter, der Endboss war. Natürlich wäre es vielleicht cool gewesen, Shadow oder Knuckles zu sehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann immer noch genau dasselbe Erlebnis gewesen wäre. Ich habe schon viele Videos auf YouTube gesehen, wo Leute von dem Spiel stark überrascht waren, weil sie es halt noch nie gespielt hatten, aber nur den Hate hörten. Ich will mehr spielen, das war wirklich Spaß. Natürlich ist es aber auch kein Problem, wenn man das Spiel gespielt hat und sich seine eigene Meinung gebildet hat. Es gibt außerdem noch einen Short-Film zu Sonic Unleashed, der etwas in die gruselige Richtung gehen soll. Mich erinnert er ziemlich stark an Monsterhaus, um ehrlich zu sein. Ich kann dir nur empfehlen, dass ihr ihn zumindest mal anschaut. Deswegen habe ich ihn auch hier oben rechts verlinkt. Ich bedanke mich selbstverständlich natürlich für die Mitarbeit von Bloody und außerdem die Hilfe von Maxi. Beide sind in der Beschreibung und nochmal im Outro verlinkt. Falls ihr das Spiel auch noch gespielt habt, würde mich es sehr interessieren, was ihr von dem Spiel fandet und mir in den Kommentaren sagt, ob ich euch vielleicht umstimmen konnte und oder euch dazu bringen konnte, es vielleicht selber zu spielen. Also zur letztendlichen Frage. Ist Sonic Unleashed Unleashed Unleashed? Ja, ist es. Ist es perfekt? Nein, ist es nicht. Solltet ihr es spielen? Ja, solltet ihr. Vor allem für 7 bis 14 Euro gebraucht auf Amazon ist das doch gar kein Ding, oder? Ihr werdet sicherlich viel Spaß damit haben. Und falls nicht, head me up und ich werde euch das Geld zurückgeben. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich auch noch sehr über eine Bewertung freuen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.